Sie ist ruhig gestellt. Okay, okay, komm. Okay. Ist alles in Ordnung? Alles gut. Wie viele können Sie retten? Elf Spezies. Blue war die letzte ihrer Art. Sie werden sie niemals fangen. Wir hatten gehofft, Sie kennen jemanden, der helfen könnte. Eine Rettungsmission? Was kann da schon schief gehen? Hey, Blue. Freust du dich, mich zu sehen? Komm mit mir. Du weißt, du kannst nicht hierbleiben. Ziehen Sie sofort Ihre Leute ab. Es war alles gelungen. Der Mann, der bewiesen hat, dass Raptoren gehorchen können. Wissen Sie, wie viele Millionen ein trainiertes Raubtier wert ist? Sie verkaufen sie. Blue nicht. Sie brauchen sie für irgendwas anderes. Was ist das für ein Ding? Wir haben es gemacht. Peace ist die gefährlichste Kreatur, die je auf der Erde gelebt hat. Ich würde sagen, wir machen den Laden dicht. Hey, Kumpel. Denkst du, was ich denke? Die Macht der Genetik wurde entfesselt. Wir können sie nicht zurück in die Büchse legen. Blue! Wenn ich nicht zurückkomme, denk immer dran, dass du mich hergebracht hast. Ich komm schon klar. Diese Geschöpfe waren vor uns hier. Und wenn wir nicht aufpassen, sind sie auch noch nach uns hier. Willkommen in Jurassic World. Willkommen in Jurassic World. – Untertitelung des ZDF, 2020